Ja, vielleicht ist es nicht dumm, sagen wir es mal so. So, und jetzt in der Hoffnung, dass wir den... Okay, ja gut, wir können ihn beklauen, mehr geht aber nicht. Munition eh voll. Er hat also im Endeffekt genau gar nichts gebracht. Hä? Wie hat der uns denn jetzt gehört, Alter? So, ich hoffe, dass der eine Typ das nicht sieht. Dann bringen wir mal schnell weg. Hier drüben findet den niemand. Niemals. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass der eine... Ist ja gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass der genau das hier macht. Schon ist er tot. Schlecht für ihn, gut für uns. Das hätte uns jetzt wieder weggefegt. Okay, wir räumen wir den mal weg. Aha, guck mal. So, Mädels. Ich habe es mal interessanter gestaltet. Ich bin vor allem für jeden mal fair. Nicht nur für euch. Okay, wie mache ich es jetzt? Ja, Klassiker würde ich sagen. So. Wow. Ich glaube, das hätte uns jetzt echt fast weggeräumt, das Ding. Ich glaube, es war nur Lack. Dass wir da rechtzeitig irgendwie weggekommen sind. So, einen einzigen Wachmann muss es noch irgendwo geben. Aber auch den werden wir noch ausschalten. Der letzte Wachmann. Ist bestimmt was Besonderes, der Typ. Ach, war klar. Okay, wir werden genug Zeit haben. Da die Bindungen zu wechseln. Aber es wird halt immer knapper. Ach, jetzt müssen wir ihn wieder erschießen. Oder. Nee, nee, nee. Viel besser. Das ist eine Minigun. Die ist elektrisch. Die ist ganz einfach. Ach so, das war doch nur das. Okay. Will wir den jetzt ausschalten? Müssen wir doch mal gucken. So. Äh, jetzt kann ich ihn erledigen. Und das war der letzte. Schattengolde, geniere alle Wachen. So. So. Hmm. Ich will never get back to her in time. They're after the girl. They will kill her because of who she is. I will not let that happen. hmm hole Orilov ein achso jetzt sind wir das Vibe wahrscheinlich und so sieht's aus oh alter und ich hab gleich mal einen Fehler gemacht und bin nicht sofort hier durch oder drüben durch so zum Glück muss man sowas immer nur einmal schaffen wow holy fuck holy fuck hab ich schon mal erwähnt dass ich das total hasse ja genau hä was soll ich das sonst machen oh ne scheiß ich kann an der Stelle nur rennen what else ja als ob soll ich einfach durch den Beschuss laufen versteh es nicht hilf mir doch zur Abwechslung mal spielen ja auch durch rennen dann sterbe ich siehste sag ich doch versteh ich nicht ganz ehrlich drüber springen schaff ich nicht ich springe so das sieht man schon hier dass ich niemals so weit springe hallo fang an zu rennen das ist mit dir jetzt hat's geklappt aus irgendeinem Grund na jetzt ein Rätsel aber passt schon da sind die Nächsten die Nächsten die Nächsten die Nächsten meinte ich scheiße ey Mist wir haben einen mitgekriegt aber wir sind auch gleich bei Overlord ja genau voll ins Feuer gesprungen als ob so hauptsache es fängt sofort an zu rennen das ist richtig brauche ich denn hier so das haben wir ganz gut gemeistert würde ich sagen ja du sagst das so leicht Alter jetzt sind wir gleich da fuck wir wurden erwischt noch so ein Ding wir sind tot nehm ich mal an dann jetzt achso ja lauf 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 ach du scheiße ach er ist das mit der Minigun ich dachte schon boah Alter es ist so viel also richtig actionreich also viel actionreicher als vorher boah meine Güte und wir haben alle Animus Scherben sehr schön gute Zeit würde ich auch sagen 18 Minuten ist okay glaube ich das ich habe gehofft ich habe gehofft Leon ich werde helfen uns erreichen der Bruder in Moskau ist er ein wie du Nein, er ist weder Assassin, noch Temprar. Bleib geblieben, bleib geblieben. Bleib dir sicher. Warum? Du bist nicht zurückgekommen? Ich habe dir nicht meine Worte gegeben? Ja. Bleib aus der Sicht und warte für meine Rückkehr. Eine freundliche Hand, September 1918, Kazan. Orelov hat die Templer erfolgreich abgewehrt und Anastasia gerettet. Beide suchen nun in Kazan Orelovs Freund Leo Trotsky, um ihn zu bitten, ihnen dabei zu helfen, nach Moskau zu den Assassinen zu kommen. Aber Orelov weiß nicht, dass die Schlacht um die Vorherrschaft zwischen den Roten und den Weißen unmittelbar bevorsteht. Eine Ausgangssperre wurde von den Roten verhängt, die im westlichen Randbezirk von Kazan stationiert sind. Und ferne Steckbrise von Orelov. So. Sind wir endlich wieder mit dem richtigen Assassinen los? Unterwegs auch vor allem. Nicht mehr mit der alten. Ich finde den Typen irgendwie besser. Allein schon, weil er was kann und die alte eben nicht. Nicht mehr mit dem richtigen Gehen. Nur Soldaten in den Straßen. Huh. Ja, Junge, als ob. Der kann kaum so weit nach oben sehen, aber natürlich trifft er mich da oben sofort. Es gibt keine Ahnung, dass es uns interessiert. Es ist nicht so weit. Es gibt niemanden hier, die nicht sein sollte. Bist du sicher? Ich würde es nicht reduzieren. Ich würde es nicht. Was ist es Zeit? Es hat nicht gegessen für vier Stunden. Mit allem, was passiert ist, Hunger ist das wenig von uns. Bäm. Einfach mal aufgeräumt mit allen. Und einen Steckbrief eingesammelt. drei Stück wieder, wie immer eigentlich. Rauchbomben wieder. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt alles voll. Sehr, sehr gut. Haben wir doch gekriegt, was wir wollten. Passt doch. Huch. Oh. Hoppla. Das wollte ich nicht. Ich wollte natürlich hier lang. Da ist der Typ mir einfach mal übereifrig losgesprungen. So. Sieht aber komisch aus hier, dieses Netz. Naja. So, was haben wir denn hier so? Einfach eine Klettergewehr. Da irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Das ist viel zu einfach. Aber viel zu einfach. Ich meine, es ist ja sogar leichter als eben. Hä? Wie komme ich denn jetzt hier rauf? Achso. Ich sehe es jetzt. Natürlich mit unserem besten Freund. Diesem komischen harten Ding. Ach ja. Schnell A drücken. Ah ja. So sieht das Ganze aus. Na. Allah. Ah. So. Huch. Okay. So. Wesentlich besser. Trotzdem viel zu ruhig hier noch. Viel zu ruhig. Hey. Ich warte mich, wo das enden soll. Let no one break the Corfew. Everyone you see is a spy for the whites. Shoot on side. Why not attack now? Drotsky is with us. The fifth army will be there at dawn. When they're here, will retake the city. For now, the Czech Legion is too strong. At dawn? Damn it, Leon. I didn't expect to find you in the middle of a battle. Ah. Von dem Offizier kriegen wir Infos. Bevor er diese Tür erreicht. I must avoid the searchlights. I see you! Templer-Stock. Ja. Läuft, Alter. Als ob. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Das nervt. So. Also hier nochmal bitte den hier. Ja, genau. Jetzt kriegt er voll den... Over there! Hä? Junge. Der hat zwar eine Gasmaske auf, aber der ist doch... What? Mit einmal treten, oder was? Identifiere dich. Over there! Reinforcements! Here! He's here! Over there! Ach, Alter. Dieser Wichser. Man, das gibt's doch... Das regt mich so auf, ey. Das sieht man mit irgendeinem Scheiß um die Ecke kommen da noch. Spiel ist schon schwer genug, weißt du? Und dann sowas. Ach, mir egal. Einfach rein. So. So, ich bleib jetzt einfach hier schön versteckt. Oh. Hä? Jetzt ist der von einem Licht gestorben. Genau. Ach, das ist affig, ey. Okay. So. Einfach kurz abwarten. Der Rest wird sich gleich von selbst klären. Ich sehe ihn! Ganz einfach ein. Oh, oh. After him! Here! He's here! I see him! So, das hat mich jetzt alle meine Rauchgranaten gekostet. Hier, das hat sich nicht gelohnt. Vielleicht krieg ich ja was wieder. Ja, Rauchgranaten hab ich schon mal wieder. So, und die Scherbe hab ich jetzt auch noch. Werd ich vorher nicht. Schnauze. So, jetzt hätt ich gern noch meine Gewehrmunition. Der Offizier kann schon mal nicht mehr die Tür erreichen. Das ist sehr gut für uns. Okay, gut, 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 gut. Alles in Ordnung. Die haben uns nicht gesehen hier. Okay. Ich bin auch manchmal schlau. Beziehungsweise, ich kann mal eben den hier machen. Nein. So. Vielen Dank. Hol ich mir noch die Scherbe hier mit. Warum denn nicht? Und du könntest erschossen werden. Okay. Gut zu wissen, ne? So. So, hier vorne haben wir. Ach, das hier. Ach so. Ah, ich muss den Sicherungskasten. Ach so. Okay. 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 Das ist ja eine Angabe, mit der ich was anfangen kann. Hier. Er ist hier. Reinforment. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Den Typen jetzt nicht bedacht, dass der das sieht. So, das war es mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abonnent bist. Vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren. bis zum nächsten Mal. See you also. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020